Achtung, Aufnahme läuft. Wir sehen hier den völlig versteinerten Nepomuk und wie Gaddafi gesagt hat, ist der Nepomuk. Mal von der Brücke gestürzt worden, weil er einem Despoten, den man damals als König tituliert hatte, widersprochen hat. Wird vielleicht gut gewesen sein, vielleicht auch nicht, aber man macht es einfach nicht. Dann hat man ihn von der Brücke gestoßen. Er ist also der Brückenheilige. Wie die Artillerie auch ihren eigenen hat, so haben sie hier die von der Brücke. Und der heißt Nepomuk. Nepomuk erinnert uns an, da gab es doch noch einen Walfisch oder was war da noch? Ja, okay, Nepomuk, halt durch. Bleib standhaft. Wir müssen weiter. Der Regen. Tschüss.